Servus Leute! Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Dry Light Princess. Was laut, zumindest bei mir hier. Toll! Musik ist schon mal geil, aber das habe ich glaube ich schon erwähnt. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt im Waldschrein oder Waldtempel. Wahrscheinlich werde ich es öfter als Waldtempel bezeichnen, weil ich das so gewohnt bin von Ocarina of Time. Musik klingt geil. Mal schauen, wie lange ich hier dran sitzen werde, weil laut Final werde ich lange sitzen an dem Tempo. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommst. Laut Final werde ich lange am Waldschrein oder Waldtempel sitzen. Deswegen werde ich es so machen, dass ich den Waldschrein an einem Stück durchspielen werde. Hoffentlich, weil es ist 3.31 Uhr morgens. Und werde das dann in Parts zurechtkappen. Wo denn? Was soll ich spinnen da oben? Kommt ja her. So ein Problem, Mann. So. Das ist doch der Affe, der die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts mehr hinterher. Phanel hat mir gesagt, dass die Rätsel in Twilight Princess echt kompliziert sind. Und ich mit meinem jetzigen Gedankengang werde es wahrscheinlich nicht weit schaffen. Oh, schaun wir mal. Das Problem ist, ich muss den Tempel am Stück machen. Ja, ich komme ja schon, Äffchen. So, willst du, dass ich das aufmache? Der Affe verfolgt mich. Übrigens habe ich mir heute The Legend of Zelda Brave for the Wild gekauft. Und das wird höchstwahrscheinlich nach diesem Zelda-Teil kommen. Aber das steht trotzdem noch in weiter Ferne. Denn ich möchte mir mit diesem Zelda-Spiel Zeit lassen. What the fuck? Alter, bist du hässlich. Ne, ah, ne. Scheiße. Scheiß Viech. Verweck. Schmeck den! Muss ich zu dem Vieh hingehen? Er muss wohl sein. Scheiße, bist du... Oh Gott! Warum kann ich dir nicht wehtun? Okay, ich hau ab. Tschüss. Na, sie verwollt mich. Es gibt nichts Schlimmeres. Sie frisst den Affen. Versuch mal was. Du scheiß Spinner, du. Nein, 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 nein. Ich geh weg. Tschüss. Tschüss, tschüss. Scheiße. Oh Gott, mir ist schlecht. Muss denn das sein? Eine Spinne. Ja, logisch. Wo ein Wald ist, dort gibt es auch Spinnen. Hä? Scheiß Viech. Wie mache ich das? Wie tötte ich Sp... Oh Gott. Ich glaube, ich warte einfach je 20 Minuten und der Part ist dann zu Ende. Hoppla. So sehr, so sehr ich Hunde und Wölfe liebe, genauso sehr hasse ich Spinnen. Wie kann ich nicht vorbeigehen? Ah, nur eine Pflanze. Geil. Was war's für eine Bombe? Gib das her. Ja, toll. Ja, super. Das heißt, ich muss echt... Moment. Toll, danke. Was? Schnell, 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 schnell. Ah, Gott! Oh, fuck! Verpiss dich von mir! Oh, scheiße, Mann! Guckt sie euch an! Das ist nicht wahr. Das ist so ekelhaft. Oh, Mann! Ich habe eine Idee, wie ich das mache gegen das Scheißviech. Wie ist es jetzt da hinten? Oh, Mann! Gib das auf! Oh, danke! Oh, Mann! Ach, du Kacke! Tut mir leid für ihr Ausdrücke, aber das war echt zu viel gerade. Oh, Gott! Ja, ist klar, aber... Nee, sag nicht! Hoppla! Sag jetzt nicht! Was sind... Was sind das hier alles für... Candelaga... Candelaba... Candelaba? Keine Ahnung, was ein Candelaba ist. Ist das hier etwa eine Art Altarraum? Altarraum? Aber was frage ich dich überhaupt? Als ob du mir darauf eine Antwort geben könntest. Hehehe! Ah, okay, okay, okay. So geht es also auch gut. Und... Ähm... Ja... Danke! Ja, danke! Da hinten brauche ich Feuer. Das ist ein Seil. Der erste Raum ist schon ein Problem für mich. Kann ich... Kann ich den Affen fehlend was verwenden? Ja, so geht sich das nicht aus. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Was ist denn da oben? Also... Mein... Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, solange die dicke Spinne nicht wiederkommt, ist alles in Ordnung. Ich will eigentlich die Kiste da oben unten haben. Ist das hier angeln? Ah... Ist es mal wieder so weit? Der Wolf ist dumm? Ich meine, die Musik ist tierisch geil. Toll. So klappt das nicht. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Irgendwie muss ich doch weiterkommen. Moment. Ah... Ah... Moment, das war nicht die Seite. Das war die Seite. Oh Mann, ich bin so blöd. Warum habe ich dafür jetzt so lange gebraucht? Ja, ja, du Affe. Ich kümmere mich erst darum. So, jetzt die Dungeon-Karte. Mit eins oder zwei. Und mit dem Dungeon... Ja... Bereitsbesuchte war ein bisschen grün. Der gelbe Pfalz sagt deine Position. Mit A willst du den Stock weg aus? Ja... Lass mich in Ruhe, du Affe. Ich will gucken. Soll immerhin kein schnelles Let's Play werden, sondern ein... Fun... Ja, ohnehin Fun-Let's Play. Aber... Wisst ihr, wie ich das meine? Na gut, du Affe. Was willst du denn? Mein Runding... jornalieren... Lass mich eine Cookie zu spüren. Maier Michelin Poeton ist es zu denen in Deine-Karte clog Aber was ist denn das? Haben sie etwa Streit? Mann, jetzt können wir hier nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Okay, und jetzt wird aus dem Waldtempel irgendwie ein Windtempel. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass da hinten war der Boss und Lins Mütze weht im Wind. Geil. Jetzt gehen wir zurück. Bitte Spinne, sei weg. Gut, sie ist weg. Moment. Nicht dich an, ist hier ein Äffchen? Ich versuche mal was. Hat sogar geklappt. Geil. So, ich könnte zurück. Oh, hier ist es finster. Okay, ich denke so. Weiß nix. Außer ein Bastard. Achso, es ist eine Bombe. Weg, 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 Affe. Ja, das Teil ist wieder da. Ich will das Teil nicht angreifen. Ja, toll. So. 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 Moment. Hör auf! Was ist denn los, Affe? Du scheiß Affe, hättest mich fast ins Verderben gelockt. Geht doch da rüber. Ganz vorsichtig. Was ist denn, Affe? Oh, nein! Oh, scheiße. Ich hab's schon gesehen, Affe. Guck es dir an, wie ekelhaft es ist. Stirb, scheiß Vieh. Oh! So, da ist eine Kette da, nicht aktiviert ist, wenn ekelhaft ist Spinne. Mach auf die Tür. Muss man die Schlüssel separat ausrüsten? Nee, oder? Toll, Affe, warum losst du mich überhaupt hierher? Stimmt, ich hab gar keinen Schlüssel. Ich hab... Stimmt, ich hab die Serubine bekommen. Bin ich jetzt gelandet? Ein... Ich wette, da ist ein Schlüssel drin. Wie komm ich da ran? Affe! Kannst du herzaugen? Nee. Das sind Windräder. Ich wette, damit muss ich was machen. Ich geh mal hier hoch, vielleicht gibt's hier was. Hm. Ah, verschwindet im Wasser. Wow. Einfach mal Maximum. Wasser weiß ich noch gar nicht. Wow, 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 wow. So, ich werde wahrscheinlich zuerst da rein müssen. Das kann ich natürlich auch machen. Gut, dann werde ich aber, ähm... Erstmal speichern, auf jeden Fall. Gut, ähm... Dann werde ich den Part hier beenden. Und, äh... Im nächsten Part wird's natürlich kein Intro geben, weil, äh... Naja, dann geht's hier gleich weiter. Weil das Intro mache ich immer so, wenn ich die Wii anmache. Dann würde ich sagen, das war The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fert euch!